minecraft master bilders hier auf dem gombo server und der silverträger drin bist du schon bist du mit drinnen ich bin jetzt rausgegangen sekunde 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 ja ich bin jetzt schon im ersten ersten runden drin ich werde gleich liefen verbindung trennen okay läuft ja super willkommen zum nächsten stream mit mir ist wie ihr gerade schon gehört habt das ist der enter gg gaming mit dem ich heute zusammen minecraft master bilder spielen darf sich jetzt mal die lobby 1.16 solo ja oder auch nicht ich kann gerade nicht aus irgendeinem grund da steht jemand im weg gibt gar nicht noch probleme läuft alles super hier gerade sechs ein halb stunden später jetzt bin ich in der 1 8 und ich glaube ich bin 1 18 drin jetzt habe ich glaube ich in eine lobby reingeschafft kommt immer eine 1 8 9 da ist der enter hello hello wer so kriegen wir jetzt genügend leute zusammen dass wir hier spielen können eine person fehlt eine runde geht in fünf sekunden los ok jetzt habe ich den enter verloren ich habe hier einen lords sonst was ok shadow master bei mir ist noch das der enter ich hoffe die musik ist nichts laut wird zu leise ich habe mir das an stimmt ach so ich habe hier ja sehr schön ok verkehrsschild affe oder bildschirm affe bitte affe 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 bei affe baue ich mich selber da verkehrsschild ok wie soll ich das denn hinkriegen ok wir haben nur sechs minuten 55 zeit das reicht locker aus ich bin eben in zwei und fertig gewesen polit anders sieht als boden ja passt verkehrsschild ok erstmal eine straße würde ich sagen da brauche ich weiß für die schwarze ich bin der schwarze brauche ich am besten nicht wolle grundgestein ok gehen wir mal wo ist denn der scheiß quatsch doch jetzt hin ich beherrschte das spiel noch nicht so ganz so toll und verkehrsschild da brauchen wir natürlich holz und was gutes und noch was weißes ja machen wir das mal weg so so jetzt noch da drunter noch einmal bauen wir mal was schönes ich muss schon mal vorwarten ich bin nicht der kreativste mensch muss ich zugeben aber dann schau dir mal meinen durch und funktionieren ich werde jetzt ein sehr simples straßenschild bauen aber erst mal nur die straße das wichtigste vergesse ich dann und dann jetzt meine ersten runden die ich nicht aufgenommen habe ich gespielt habe da habe ich mich da habe ich mich ein bisschen über überschätzt habe ich so ein bisschen ein bisschen zu groß gebaut habe ich dann angefangen häuser zu bauen und so weiter habe ich dann die zeit so ein bisschen unterschätzen habe so ein gedacht kriegst du schon hin und dann war die zeit vorbei und dann die leute auf meinem kanal kenne ich vielleicht noch nicht maximal kurz mal vorstellen wenn ich mich so nett darin bin das natürlich hallo ich bin ich bin auf twitch unter anderem im fokus nintendo und in die spiele relativ ähnlich wie zwerge hier ein bisschen und ja ich bin mittlerweile seit knapp vier jahren auf twitch unterwegs und das ist eigentlich alles was über mich zu wissen gibt momentan also ich habe noch mehr zu erzählen aber ich will jetzt nicht so komplett reißen werbung für mich machen hier ich bin hier nur ein bescheidender gast ja und hat es mehr zu hat definitiv ich bin darauf angewiesen wärmung zu machen weil er es definitiv mehr zuschauer als ich auf steam für ab steam jahr das bestimmt auch auf das ist super kann ich dir versprechen weil es auf steam sind absolut großartig kann man machen geht das kann man auf steam jahr ihn theoretisch aber schaut nicht als entwickler das machen dass wir wirklich ihre spiele stimmt ja stimmt stimmt das habe ich auch schon ein paar mal gesehen wenn es wenn es nur wenn die spiele rauskommen ich vergrönte jetzt die ganze zeit für die straße für den straßenbau hier das ist nicht gut ich bin jetzt gerade dabei für einen kleinen weg ins ball das wird ein bisschen vor der probation nicht stimmen das wird das wird das straßenschild wird nie was kommen die dazu straßenschild zu bauen okay wer ruft ich denn hier eine aufnahme an bin ich mir das jetzt von größeren wenn wir uns das jetzt von größeren youtuber wie maudado und sommer abschauen würden wenn wir jetzt hier fragen beantworten im stream eine aufnahme aber es ist ich habe keinen nerven was zu ich muss jetzt gerade wenn wir es jetzt schön machen wollten würden wir jetzt hier irgendein fanservice liefern auch die hälfte der zeit schon vorbei und ich habe noch nicht mal ich habe ich habe ich habe schwarzen streifen in dem ecke mit gebaut ich bin gut am grundstein streifen gebaut aber ist doch authentisch zumindest authentisch hier für die fahrbahn das passt doch deutsche autobahn hier sieht doch noch geteert aus das meine ich eben gerade mit so ein bisschen überschätzt und dann zu viel gebaut zu viel gewollt und vor allem dann zu langsam gebaut für das was man fort noch zwei minuten ich hoffe das nie ok der enter telefoniert gerade ist natürlich auch schlecht für ihn zu bauen sein erbaut parallel und sobald merkt wenn wir weggewendet dass das ich habe jetzt straß geburt ist ich hätte immerhin den verkehrsschild anfangen sollen das ist jetzt habe ich hier eine straße gebaut thema verfehlt 6 ok jetzt wollte ich noch in der mitte mittel streifen machen erkennt man zumindest die straße ok straße haben wir schon mal da muss jetzt noch ein verkehrsschild bekommt jetzt wenigstens ein pfeil auf damit die leute ziehen da war was gewollt ok es wird auf keinen fall was tolles in der zeit hier ist der enter aus dem scoot geflogen oder davon hier ist der nur oh gott das schaffe ich nie mehr den ansatz noch bauen 20 sekunden wird das nichts mehr das man vielleicht wenigstens sieht worauf hinaus wollte so da bin ich wieder ok ich bin ich bin gerade nicht fertig geworden aber man sieht den ansatz ich habe ich wollte zu weit hinaus ok das ist ja nur park oder was ich mach mal gut jetzt müssen man bewerten entlang ich weiß ich habe auch schon mal gespielt ich habe den super gegeben das fand ich gut das sah für mich eine paar woher aus aber das war das p am ende ok mehr ist es aber auch nicht muss man zugeben also da hätte man auf jeden fall mehr raus und ich meine meins kommt auch noch also ich sollte nicht so große töne spucken aber ja ich auch nicht weil ich meine mensch man sieht den ansatz aber ich bin nicht fertig geworden ja ungefähr so sie meins auch aus ist nicht meins aber genau das ist nicht meins wir hatten die gleiche idee ja gut ok kriegst du hast es versucht kriegst du gut von mir hast es versucht ich hätte mir auch noch gegeben also ich muss sagen ich habe erst ein schild geboren in die straße ich wollte eigentlich ein anderes schild machen das ist ein lolly oder was haben wir das stop ok das klingt schlecht sorry aber es ist steht stop der der das hätte als über klasse jetzt der beste gekonnt wirklich oder darüber herum gestärkt worden hake kacke das meins das ist nicht ganz fertig geworden ich habe versucht noch das schild irgendwie darzustellen habe mich auf die straße konzentriert und jetzt hier das schild ist dann das sollten stopp schild das soll so ein durch durchgekreuztes so ein verbot schild werden das ist aber ich so versucht so ein bisschen die rundung aber ja es ist nicht ganz ich habe dann wieder ich habe mich in der zeit überschätzt das ist was soll das denn bitte hey you are cool naja du nicht grauenvoll sorry aber das ist cool wenn das muss mir keiner sagen scheiß dann bitte nicht mal den dann nicht mal den punkt weg gemacht hier nehmen ernsthaft wenn man irgendwas ist kommt leute okay ja jetzt versucht ein bisschen also diesen eisenstab bisschen dünner gemacht hast okay 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 ist doch schon ziemlich angemessen für also mehr hätte ich auch nicht gegeben muss zu geben 2442 bis diese eckgebäude vom anfang okay und was ist das ein affen auf der das ist das okay dann gibt es ein super für etwas versucht ist das andere erfahrer hat versucht das andere thema hier mit einzubringen bringen es gibt ein super als noch aus dem nicht aber ein super und monkey ja genau sehr gut stopp schild von hinten sieht es natürlich aus aber von vorne ja kann man gut da will ich nicht vergleichen mit dem monkey das finden das fand ich schon sehr gute idee aber gut ja die idee kommt rüber wenn man von hinten vielleicht noch was dann bauen können dass man gewonnen ja zu recht und ich bin sechster platz und du bist welcher platz du bist fünfter platz dicht aneinander eins war besser als meins ja gut wenn er jetzt fertig geworden ist aber gut das verdient gewonnen ja machen wir noch eine runde würde ich sagen so ich bin wieder drinnen 1 18 60 sekunden startet neu nochmal jump in one machen hier sehr schön nächste runde gleich ja an jump in one bin ich nicht so gut deshalb spiele ich auch master bilders ja ich krieg so gut in pvp zum beispiel also von daher pvp auch nicht das ist bauen kann ich einigermaßen mittlerweile da kochen manchmal ins bei kreativität bringt teilweise spiele ich halt sowas wie jump league und so weiter dann lass ich mal lieber aus mal versucht aber ja da kommen wir erst oder jetzt nicht los hat was im fenster so was haben wir jetzt die möglichkeiten zeitung hat ab los nicht schwert ich will schwert zeitung schwert es wird schwert ist ja auch jetzt mal effizienter arbeiten da kannst du muss auch die tagszeit einstellen und so weiter wenn du dort auf die ja ich weiß hatte eben auf nacht und regen gestaltet gewitter sonnenaufgang ich überleg euch einfach ein schwert also ein diashwert holen soll das fallen lassen soll als bauwerk so jetzt wollen wir mal ein schwert machen es gibt bestimmt jetzt einige die in die schwerter fallen lassen ja es wäre auch meine erste idee gewesen muss ich zugeben ok dass der menschwerde auf jeden fall mit ich tue hier auf kriegen wir vielleicht irgendwie einen menschen hin willst du hier bestimmt eier irgendwo das ganze größe zweimal zwei getehen wirklich haben wir ja und sparen ein scherber an man will es ja kriegen wir nicht ich denke mich jetzt hier wieder mit sachen ab ok goldschuhe kann ich die mich anziehen verdammt eine statue krieg vielleicht in kann ihren schildern die statue ihren schwert halten empfang jetzt war nicht ich ich habe das ist ich muss immer anfangen zu bauen okay das bricht diamant diamant blöcke besuche mann fünf minuten noch die holzbruch ich und noch was dunkler setzt diamant so vielleicht ein helles holz so ist jetzt mein plot mal zurück dass die scd war nicht gut dringend sein es ist irgendwas geschieht das hier vielleicht ja stein braucht jetzt hier nicht was denn er will mir stein reinhauen das ist meine fresse bei mir funktioniert es nicht mehr ich habe noch steine im inventar ja das ist immer das ist muss man ein bisschen dann hinweg fliegen und gucken dass man neu platzieren kann ich wollte hier zum master schwert bauen so einen großen stein gesteckt großen felsen aber okay ich brauche jetzt einfach mein kürz schwert aber ich brauche jetzt das teil was sowas der baut ne nur stein hier hin das ist doch ich habe jetzt hier gerade ein problem mit dem das material zu bekommen und die ist noch drei minuten das ist doch scheiße hier ok dann brauche ich halt mit griff aus stein krassmarker nicht hatten gab es schon quarks ich werde behindert vom spiel vielleicht versuchst du euch einfach einen block zu nehmen das in der 1.8 nicht gab und deshalb wieder zu stein geändert damit das halt auf die jetzt muss doch irgendwie dann nehmen wir halt türkise wolle muss doch geben ja ok türkise wolle gibt es nehmen wir das ok jetzt habe ich keine zeit mehr jetzt wird das holz es ist doch bekloppt hier bei mir ist alles verpackt hier ok nehme ich halt das hier das muss reichen ich habe literally nichts geschafft bisher ich habe zwei blöcke platziert ich habe zwei blöcke platziert ähm oh shit ich habe keine ahnung wie ich das bauen soll so irgendwie dass man es irgendwie erkennt wird ein zweidimensionales ding ok die idee ist da aber das muss das natürlich noch aussehen ich denke so vielleicht und jetzt mit diamant eine minute noch ach du heilige scheiße es war von anfang an zum scheitern verurteilt und das was jetzt draussen wird sieht scheiße aus ja ok man kann es mit viel fantasie das ist einfach nicht gut 30 sekunden auf gott ich brauche hier noch ein ist halt im boden drin oder so haben wir noch ein skelett so noch ein paar skelette hier hin spawnen das ist mein schwert fertig ach du scheiße ok was haben wir hier ein schwert ja besser als meins ich gebe es ein gut es gibt ein gut ich melde mal mein eigenes bauwerk ja warte mal besser als meins was soll das darstellen ich habe bei mir ok ich erkenne es nicht also schlecht sorry was 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 wann wo wie ist das ein schwert aber das ist meins ich habe zu viel in die landschaft gesteckt und zu lange blöcke gebraucht erkennt man es ist so ein bisschen so wie ja das diamantschwert so ein bisschen naja ein paar skelette noch hoffnungslos daneben gestellt na komm mach schlecht und das ist nein jetzt mache ich schlecht jetzt mache ich grauenvoll ein dildo oder was ja ist nicht fertig geworden ich meine auch wenn es fertig geworden wäre wäre es nicht gut gewesen aber was sollte das werden das liegt das musst du dir das liegen dir vorstellen das ist ich kann es trotzdem nicht okay das ist ein schwert aber ich mag dieses dass das darum gemacht hat irgendwie was ist das da drum ich glaube dass das ich einfach nur steuern okay 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 auch zu vielen hintergrund gesteckt da ist ja auch wieder bullshit ich glaube das soll dieses wert von kürcher das das im stein fest steckt vielleicht diese partikeln ja okay schlecht die idee finde ich gut kein grauenvoller okay okay hier ist gut um das noch schlecht okay das ist wenn wir nicht gewinnen dann weiß ich auch nicht bisher ja das ist meine meine idee bloß ja schlecht ein block ja komm schlecht okay gibt es gibt okay okay ich verstehe die idee okay da hat jemand da hat jemand anderes geklust jemand boden hinzubauen dir geht automatisch und den villager einen block gibst ja schlecht ja sorry sorry aber nicht sorry ok was haben wir hier ja ich verstehe es nicht da ist ein schwerter drin und das ist das was wir vorhin gemeint hatten da wirft irgendjemand ein schwertchen das war's ich muss noch ganz kurz mich abschneiden ich bin gleich wende man muss jetzt auch nicht bewerten ah das ist ja das ist ja legendär hier sehr schön ja das ist das schwert ist ein steinschwert ein metallschwert ja hier zum vergleich sehr schön sehr schön sehr schön wirklich toll das sollte gewinnen bisher das beste oha jemand aufgespießt ja 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 super gibt ein super von mir ja shadow master nicht schlecht naja das schwert hat zu recht gewonnen man sieht ja eine gute nachbildung gg ja und ich bin auf dem dritten platz sehr schön sehr schön und enter auf dem fünften platz trotz meines ok ja dritter platz immerhin immerhin so glaube ich verlassen ich sag mal schon mal für ich sag schon mal für den für den party weil ich will ich das nachschneiden werde wird es passen wird es passen auf youtube mit zwei runden da habe ich noch umsatzig gefallen haben für youtube lassen aber dann neu seit das glocke aktivieren kommentare schreiben beim enter vorbeischauen und wir spielen weiter auf